Wenn sie mit ihren Instrumenten auf der Bühne stehen, widmen sich diese Orchestermusik aus Granada ganz ihrer Musik. Doch was geschieht, wenn sie ihre vertrauten Begleiter nicht dabei haben? Wie verhalten sie sich? Die Coaching-Sitzungen sollen die Musiker in diesen Situationen anleiten. Die Schauspielerin der Remiendo Theaterschule ist verantwortlich für das Erlernen von Fähigkeiten. Dabei geht es um Rhetorik, Darbietungstechniken oder sichere Auftritte auf und fernab der Bühne in diversen Situationen. Und ich glaube, dass sie auch diese Angst haben, diese Necesität zu sehen, dass sie mehr von dem Instrumenten sehen können. A mich hat es mehr Hoffnung, um zu sprechen, um zu sprechen, um zu sprechen. Diese Hoffnung wird sich um den Escenen, um mit mehr Hoffnung zu kommen. Die Musiker sind nicht immer mit dem Instrumenten oder dem Escenen. Wir müssen uns auf die Leute zu sprechen, um zu sprechen, um zu sprechen. Durch eine dynamische Praxis, Stimmtraining und Atmungs- und Darbietungstechniken sollen die Musiker lernen, kommunikativer zu sein und sich dem Publikum ihrer Konzerte zuzuwenden. Der Unterricht findet im Manuel de Feier Musiksaal statt und möchte die Musiker zu vollkommeneren und selbstbewussteren Künstlern vor ihrem Publikum machen. Untertitelung des ZDF, 2020